So Leute, hier sind wir wieder mit Pokemon, äh, was sag ich denn? Nein, mit Harry Potter natürlich, äh, ich wurde gerade die letzte Zeit ein bisschen abgelenkt, Entschuldigung Leute. Also Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, geht's weiter. Und wir haben irgendwo gespeichert, ich glaube, das dürfte nach, hinter Hagrid gewesen sein, irgendwo. So, ich weiß nicht mehr wo, äh, wir gucken mal. Ach ja, wir waren bei Hermine, genau diese Stelle. So, und jetzt werden wir hier gegen zaubern mit Depulso und bekommen ein Schild. Jetzt muss ich kurz was checken. Ja, es fehlen danach noch zwei Drachenkarten, okay. Jetzt zaubern wir da noch gegen, kriegen wir nichts, stimmt. Ah, ich bin so dumm. So, hier kriegen wir Bohnen. So, das heißt, diese Belohnungskiste hier. So, und in der Kiste ist eine Sammelkarte. Und die haben wir jetzt auch freigeschaltet. Ups, doch noch nicht. Jetzt. Jetzt. Hä? Hallo, wollen die mich verarschen? So, jetzt, äh, bekommen wir die Sammelkarte. Und zwar fehlen uns jetzt noch zwei Sammelkarten. Äh, um den Drachensatz zu vollenden. Und drei Schilde. Ich weiß, wo es noch zwei Sammelkarten gibt. Stimmt, die letzten zwei brauchen, äh, wir brauchen noch noch zwei. Ah, es war wieder Fail von mir. Ja, ich bin gerade etwas, äh, abgelenkt. Und, ja, Verwandtschaft ist gerade heute bei mir da. Und, äh, kann mich heute nicht so wirklich konzentrieren auf das Let's Play und alles. Also, hoffe, es gefällt euch trotzdem einigermaßen. Und, so, hier springen wir drauf. Und bekommen denn was? Zwei Cursus-Täten. Laufen am besten nicht in die Spur rein. Holen uns hier den Kesselkuchen. Verdammt, noch eins. So. Spielwert gespeichert. Das ist gut. So, und weiter geht's. Hier. 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 Gleich mal gegenzaubern. Ah, okay. Jetzt laufen wir einmal rum. Töten die hässlichen Viecher hier. Geht sterben. Und, äh, so. Ich werde gerade bei Skype dicht getextet, zugespammt. Aber, das hört ihr hoffentlich nicht. Das solltet ihr nicht hören. Äh, ups. Oh, oh, oh. Ich mache hier an der Zeit was falsch. Es tut mir leid. Äh, jetzt jumpen wir da rauf. Und das Ding ist jetzt endlich besiegt. Und, eins. Äh, okay. Entschuldigung. Ich habe wohl gerade einen Spanner da an der Hand. Egal. Äh, wir wollen jetzt weiterkommen. Und zaubern hier mit dem Häschen da rauf. So. So, was soll die Scheiße jetzt mit Skype? Ja, hör auf. Oh, ich will das nicht wissen. So. Jetzt ist es beendet. Sorry, Leute. Äh, dafür. Ich habe, äh, heute ist nicht mein Tag. Also, auf jeden Fall ein Geheimnis. Und wir gehen hier hin. Okay, muss ich nicht verstehen, oder? Ach, nee. Hier war das doch so. Hier war, glaube ich, auch nicht mehr, oder? Nee, hier war auch nicht mehr mit dem Häschen. Äh, nee, nee, nee. So, jetzt haben wir die da auch gekillt, die komischen kleinen Missgeburten oder so. Jetzt werfen wir auf den. So, äh, Moment. Wir gehen hier lang und holen uns das Bonbon. So, jetzt sind die tot. Und holen uns das hier Schokofrösche und hier hinten Bohnen. Ist ja geil. So, auf jeden Fall. Äh. Was geht jetzt denn ab? Ach so, es leckt beim... Ah, vorderhamt. Entschuldigung, Leute. So, jetzt leckt es nicht mehr. Äh, so. Hier gegen Elasto kriegen... Kriegen wir jetzt. Und Elasto fällt hier so hoch. Äh, ja, und... Hier müssen wir gegen zaubern. Hier gibt es nämlich noch eine Sammelkarte. Und zwar, indem wir... So. So. Äh, jetzt müssen... So, jetzt haben wir die Sammelkarte bekommen. Und, äh, ja, gleich haben wir 30 Sammelkarten. Das ist cool. Äh, so. Jetzt brauchen wir danach das Hogwarts-Schild. So, neun. Und jetzt kommt der letzte Teil, das Ende. Das wird am leichtesten. Sehr leicht, äh. So, wir gehen... Wir gehen hier lang und... Äh, was ist das? Moment, ah, da. Ein Kessel, den werden wir mal... Deaktivieren. Nein, äh, da zaubern wir gegen. So, was... Jetzt laufen wir hier rum, bis dieses hässlige grüne Ding gleich kommt. Das ist hier um die Ecke. Äh, ja. Wie heißt das? Äh, das hier. Bundinum oder so. Ja, genau. Da jumpen wir wieder rauf. Und jetzt ist es hoffentlich tot. Ja, ist es. So, hier können wir beherzigt weiterlaufen. Da ist nix. Und jetzt brauchen wir aber unseren Drachen. Hier, Draconiforce. Lapiforce. Erstmal machen wir... Äh, drehen wir eine schöne Runde hier. Das ist schön, ja. Einmal so rum. Hier so, hier so, hier so. Ach, lass liegen die ganze Scheiße. Äh, ja. Wir fliegen jetzt hier rüber und zünden die Fackel an. Und nein, wir wollen das aber noch nicht beenden. Hier, wie heißt das? Ah, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen hier in den Gang. Bundinum. Ah, scheiße, zu spät. Ja, wir müssen hier lang und suchen das Feld. Hier ist es. Alle Humorer. So, und jetzt... Pass auf. Äh, passt auf. Ja, jetzt kriegen wir die letzte Sammelkarte. Juhu. So, so, so. Wir gehen jetzt hier mit dem Hasen lang entlang. Ups, falsche Seite. Äh, hier rein. Ah. Hier rein. So, äh, mein Skype ist schon wieder zum Haten. Scheiß Skype. Dass da die ganze Zeit sowas angezeigt wird. Und so, so. Hier zaubern wir gegen. Kriegen wir Kesselkurung. Und... Ja. Da haben wir es. Äh, den Drachensatz vollendet. Also jetzt vier, aber... Hier ist die fünfte Karte. Ja. Und jetzt können wir diese Herausforderung getrost beenden. Und, ja, in den wohnen Bundesraum gehen. Das wollen wir jetzt machen. Und zwar gehen wir dafür einmal... Oh, Fail. Ich dachte mir, hier ist noch so eine Kreuzung, aber egal. So, gehen hier lang, hier lang zum Milastofeld. Und das ist hier. Und damit ist die Herausforderung beendet. Zehn Schilde und... Einen Kartensatz komplett bekommen. Ja, äh, das nenne ich mal... Ja, Erfolg. Das war immerhin etwas, sag ich dazu mal. Und, ja. Wir kommen in den Bonus... Äh, Bohnen-Bundesraum. Ja, Bohnen-Bundesraum, also. Ja, äh, bitte heute... Wie gesagt, ich hab vorher rot ja schon hochgeladen. Also bitte heute nicht zu streng sein und so. Ist nicht wirklich, ähm... Schöner Tag heute für mich. Also... Aus privaten Gründen und... Äh, ja. Möchte dazu jetzt nicht so wirklich mehr sagen, also. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen verstehen, dass ich heute noch mehr Unsinn rede als sonst. Und, ja. Das war's jetzt auch. Äh, hier zauern wir gegen, denn gehen alle Truhen auf. Ach, das ist ja schon davor. Ich dachte, das ist immer nur am Ende da... Nein! Nein, nein, nein. Oh, scheiß. Wir sind den falschen Weg gegangen. Ich bin den falschen Weg. Ich bin so hohl. Äh, wir gehen jetzt runter. Ja, das hier ist individuell, wie viele Bohnen man da kriegt. Und so, äh... Hier lang. Gut. Jetzt gehen wir hier einmal lang. Und wir haben unten ja alle Kisten geöffnet. Das heißt, wir gehen mal hier runter. Und hier durch die Mitte. Sammeln hier mal, äh, alles ein. So, jetzt gehen wir hier lang. Und hier. Und... Nee, doch noch nicht. Wir bleiben weiter unten, um möglichst an die Tausend zu kommen. Und das wird nicht schwer. Das haben wir jetzt gleich. So. Elasto. Elasto. So, jetzt zauber Elasto dagegen. Und... Weiter, 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 weiter. Noch kann man einsammeln, bis man schwarz und grün wird. Und... Äh, ja, der Bohnenbundesraum sieht so aus, als wäre er diesmal richtig leer geworden. Er wird diesmal hier oben und alles richtig leer. Guckt euch das doch mal an. Ja, jetzt gehe ich hier unten noch lang, weil ich auf der Seite noch nicht war. Und so, so, so. Äh, das sind wohl deutlich mehr als tausend. Und... Also, was heißt deutlich? Mehr als tausend immerhin. Juhu. Einsammel und einsammel. So, jetzt läuft mir aber die Zeit davon. Und... Ja, das war's mit dem Bohnenbundesraum. Hier kriege ich jetzt nicht noch mehr. Egal. Äh, ich hab die Zeit gut genutzt, denke ich. Und ja, Hermine, da bist du. Wie war's? Äh, Hermine ist herausfordernd, müssen wir nicht mehr wiederholen. Und ich bin glücklich drum. Also, ich freu mich. Darüber. Ja, und... Was wir jetzt tun werden... Was ist das? Äh, können wir das überspringen? Oh, es hat gerade geleckt. Äh, Entschuldigung. So, weiter geht's. Hier, was ist jetzt? Harry, Rede. So, hier kriegen wir Bohnen, Bohnen, Bohnen und noch mehr Bohnen. Kennt ihr, glaube ich, schon nach Once House War Wrong. Da wurde es auch so langweilig. Ja, aber ich sammle die einfach ein und brauche das. Und... Entschuldigung, Leute. Also, auf jeden Fall. Wir wollen das Spiel ja, ähm, richtig durchbekommen. Also, dazu gehört Karten kaufen, Porträtpasswörter, alles dabei. Äh, so. Und ich weiß auch schon, was ich jetzt als nächstes tun werde, wenn mich da nicht wieder irgendwas Fieses dran hindert. Oh, jetzt kommt erstmal die Quidditch-Szene. Und das ohne In-Game-Sound. Ich weiß ja nicht, ob das was wird. Ja, kann man überspringen? Nee. Ja, dann lass dich kurz laufen. Ich drück jetzt so lange Enter. Hofft, dass man das überspringen kann. So, viel Spaß beim Gucken. Äh, so. Schiung, 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 Gryffindor, der goldene Schnatz. Schnell hinterher, Harry, P. Wo bist du da, Harry, Siddin und Dementoren jetzt? Oh, Entschuldigung. Ich hab die Pointe versaut. Äh, da waren doch noch nicht die Dementoren. Ja, eine Ehrenrunde dreht Harry und jetzt geht's nach oben und BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ� Entschuldigung, er guckt ihn nochmal an und das hat bestimmt wehgetan. Das hätte wehgetan, wenn er so runtergeknallt wäre. Und jetzt sagt mir nicht, hä, müssen wir jetzt, das kann man überspringen. Ah, müssen wir Dementoren-Training, was zum Geier? Muss ich jetzt schon Glatius machen? Ah doch, das Dementoren-Training, ich dachte es mir. Dementor-Zauber-Expecto-Patronos, Expecto-Patronom üben. Ach, ich blabber heute echt nur ein Scheißdreck und ich kann euch immer wieder eigentlich nur sagen, nächste Videos werden besser und besser und werden sie dann doch nicht. Oh, meine arme Stimme. Ich versuche mal ein bisschen nicht so laut zu reden. Aber trotzdem, dass es geht. So, äh, Headsets? Ja, ja, wir wissen's. So, jetzt spielen wir mal, äh, hau den Lukas, ja, hau den Bääms, Dementor-Probe-Ding, Bääms. Und nochmal, tschüss Lupin, lass uns jetzt vorbei. So, äh, das war's. Wir gehen weiter. Äh, erkunde die Räume in der Umgebung. Machen wir doch gerne. Aber erst wird dieser Part beendet und wir sehen uns im nächsten und, ja, nein, Moment, erst kann ich hier noch ein bisschen langlaufen, ein paar Geheimnisse suchen in dem Part und, ja, wir sehen uns nächstes Mal, hoffe ich, wieder bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, das war's von mir und tschüss. Und, ja, wir sehen uns.